Marine Division Feuerdrache Ein Tatenbericht vom Kriegsschauplatz in Südostasien, wie Ihnen die Leinwand noch nie gezeigt hat. Marine Division Feuerdrache In den Hauptrollen Jock Mahoney und Pat Lee. Schwester Younghai Park? Ja. In erbittertem Nahkampf erringt die B-Kompanie der südkoreanischen Marine Division Feuerdrache einen heldenhaften Sieg. Marine Division Feuerdrache In realistischen Bildern entsteht das harte Gesicht des Krieges. Doch der Krieg hat viele Gesichter. Aber warum wollten Sie hierher? Sie wussten doch, wie gefährlich es hier ist. Gefährlich ist es heute überall. Übrigens, Sie sind ja auch hier. Komm wieder. Ach bitte, geh nicht weg. Ach bitte, komm, lass mich nicht allein. Nein, ich will nicht, dass man auf dich schießt. Komm wieder her. Ich will nicht, dass man auf dich schießt. Noch was gefällig? Sie sind wohl verrückt. Nr. 2. Nr. 2. Nr. 2. Nr. 2. Nr. 3. Er erzählt sie so, wie sie geschah. Ein Film, den Sie gesehen haben müssen. Nr. 3. Nr. 3. Nr. 3. Nr. 3. Nr. 3. 1. 1. 3.